Hallo Freunde! Das ist wohl eine der schlechtesten Ideen, die ich in der letzten Zeit hatte. Probiert habe ich es noch nie. Latte Macchiato und einmal Inje. Ich habe echt keinen Plan, Mann. Ich habe echt keinen Plan. Vielleicht kommt ja direkt der Kotzreiz. Kommt vielleicht direkt. Wer weiß das schon. Keine Ahnung, was das hier ist. Prost! Gut! Gut! Vielen Dank.